Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rocket League mit meinem Buddy Blöppi Hallo Blöppi Moin Wir machen wieder 2n2 ranked und haben schon ein bisschen ein bisschen noch mal trainiert allerdings was heißt trainiert wir haben uns ein bisschen warm gespielt ein bisschen warm gespielt aber das war bleibt auf dem Platz jetzt muss ich erstmal während des quatschens mal versuchen hier den Ball unter Kontrolle zu kriegen das war nicht wo ich dachte dass ich habe keinen keinen der Auto gesehen weil du genau vor diesem blauen Ding ich dachte fuck was geht jetzt ab ich habe gefragt wo du warst was wäre doch da Ohr die Latte Blöppi Ohr What is safe der kommt quer der kommt quer scheiße richtig beschissen quer EZ ich mach das ok jetzt bin ich aber mal gespannt wie im flitzbogen komm doch mal ran hier was ist denn das ich hatte kein turbo jetzt habe ich wieder ich hab doch turbo gedrückt ich hab grad einen eingesammelt wahrscheinlich das war ja so ein bisschen boostet muss ich sagen hattest du noch turbo ich hatte voll also deswegen hättest du den mal nehmen soll dann musst du das doch sagen was jetzt Blöppi nein Blöppi nein Blöppi nein Rosi halt ihn doch einfach mach doch mal ja ist ok ich bin nur hier Statist also damit uns weiter hast wir dann mal Aufnahme zum Sammeln ja 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 ich merk schon hätte ich mal lieber 1 gegen 1 gespielt ok zack oh Gott kriegst du den ooooh kannst du aber umdrehen schießen mit mein Gegengen genau oh nein wenn du als Kindtobo mehr doch der geht rein 0 wir sagen genau zu werden genau nicht mehr aber war eine Gorge noch Idee war gut Umsetzung schlecht die ganze Zeit wir sind jetzt immer noch an der Umsetzung wieder jetzt können wir ja mal wieder anfangen mit spielen also richtig jetzt nicht ich bin es platziert der sind die Spiele scheiße ja ich möchte nein wow überspielen ähm auch Mensch Blöppi hier ganz ehrlich was sollt ihr noch machen gegen die Ball gegen die Laufrichtung ich weiß es nicht du hast du schon da Hexen schon wegkommen ja da kam aber komisch runter keine Chance gehabt alter hast du loben jedes Mal jedes Mal sobald wir Aufnahme machen spielen wir scheiße wir hängen den Kommentaren ja ja das sagt dir nur weil ihr eigentlich wirklich scheiße seid ja richtig oh ich leg den auf klasse bitch klasse oh pressure Rosi das war ja riesig er spielt ihn wunderbar in die Ecke da rein scheiß Dreck er ich bin er muss auch mal muss auch auf die Presse kriegen mal so wie sonst auch immer er hat n wir spielen die Spiele nicht competitive wir wollen ja gar nicht in die LCS hohe die die auch reicht dafür habe ich mir dafür darauf habe ich so lange vorbereitet dass sie einfach hochspringen das ist jetzt gleich gut ganz gut sehen dass sie hochspringen und die mit dem Unterboden nehmen ja reicht auch dann breiter nämlich denn es hat zwar super langsam aber er hat einfach wirklich nur ganz langsam ab und alle denken immer so what the fuck so 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 ist er einfach so wie ein aufs Tor schießen Warte warte ich nehme den weg den hast du aber schön erwischt immer mal links rückraum ah Warte noch ist das Ding hier nicht ich kann so ran 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 ja es ist schwierig wie er den da nimmt oh den kriegst du jetzt schön oh ah oh da ist es gerät da ist es gerät jawolle wo ich habe auch was ich nicht immer kämen weil das in der Aufnahme mal besser aussieht aber richtig aber jetzt ist es besser einfach mal den Carry Modus aus wo auch aber Arschknapp du genau gepasst Eben Leggo Mio aber ich Arschknapp Astra Arschkalt darf ich überhaupt sagen oh es geht schon oh oh das mit dem Fliegen habe ich schon oh oh Alter Rosi du bist ja boosted zum Mond und zurück naja aber das hat den so nervös gemacht nein du Sackrate jetzt weiter fasten jetzt weiter fasten oh da kommt ja noch ein wie denn ich kam noch nicht dran ich kam noch nicht dran da war der Tunnel da war der Tunnel das habe ich genau gesehen äh Tunnel eines jeden Sturmers ich verstehe es schon oh oh ja den Krieg da aber nochmal das ist das heißt ja nächstes Jahr das hat den Krieg erkennt ich wollte zu sagen es ist hast du denn da ich dachte du nimmst ihn dann oh ich hab ich kein Turbo will noch gar nicht sogar jetzt kannst du nochmal ja ich mach einfach den Carry Modus an 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 Jungs das ist die Carry Essen und den Carry Modus an ich dachte ich kriegen ja noch aber dafür war der zu platziert zu platziert einfach gg 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 oh oh gerade die Kopp war aber an sich gut also ist sowieso wir werden an der Umsetzung wird es besser so oh ich war nicht war nicht war nicht war weg 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 bei solchen Dingen die Kriste immer eh nicht rauf durchsetzen Joo schönes Ding Harry kommt das auch noch warte ja da haben wir einfach mal 4 0 oder 0 4 gerade mal ausgeglichen Schildchen in Konzentrationsmodus reingeschaltet und schon Perry Modus an das Geizte war ja einfach nur mal äh das Schildkröten Tor ja super slow oh 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 bist du direkt bist ja komplett gepustet ey der war sorry aber ey ich war froh dass ich ihn auch noch klinge ne der war echt eklig egal ne gut dann mach mal halt jetzt noch mal ein Tor war aber auch noch 45 ne oh Gott 45 Sekunden ist in Rocket League auch eine Menge eigentlich noch so ich weiß noch irgendwann haben wir es geschafft 20 Sekunden vier Tore ja immer aufgehalten ah da mussten wir aber schon ganz schöne Bob sagen ah das war gefährlich jetzt oh 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 das ruckelt gerade ganz doll bei mir ja ich merk's auch und ich spring vorbei und du hast ihn rein ne alles ok easy dann vor jetzt ich sag mir noch bis zum Torböchen erst mal quer schlagen ja wer fährst du quer siehst du mehr klare 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 so jetzt mal rein oh du bist ja völlig geboostet ja wo wärst du geboostet gewesen hätt ich ihn wahrscheinlich reingemacht ja auch der hat mich weg okay das wird dann leider nix ja aber das Comeback war schon mal nice jetzt ein Direktor wo sie einfach direkt ja schön wär oder oder auch nicht oder ach guck mal aber wir haben wenigstens uns nicht ganz zum Ei gemacht oh das war schon ah wir haben schon mal wieder ja silber 1 GG Abstieg die 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 überhaupt die 3 sind die die sind ja okay also nachdem du kannst noch weiter absteigen das funktioniert auf jeden Fall noch aber die Jungs die Jungs spielt definitiv West West das Spiel verlassen ja das wollte ich nicht haben denn das nächste weil ich bin also ich bin auch in dir ins Hauptmenü zurück was haben wir vor mir jetzt was gefunden jetzt 3 2 1 ja ja passt 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 ausgezeichnet Miffers wir gegen Quackers und Bobiest was auch immer so jetzt aber die Map glitzert immer so schön ne wissen wir ja glitzert wow soll den dann daraus machen wenn der da außen ja ja den Wumms macht dann ist aber auch Halligalli ey ja ja oh Gott der fährt auch noch dran vorbei der fährt auch noch dran vorbei nein er kriegt natürlich wunderbar so pass auf super super lol weißt du die machen irgendeine kommt denken sie oh das ist ja richtig geil gewesen aber wissen auch nicht wie es gemacht hat Rosi ja bin da den hatte ich naja das hab ich gesehen er hat aber trotzdem ein bisschen Angst wow da war noch ein Schalker jawohl ich zieh nach rechts der Ball kommt in die Nähe der Mitte oder jetzt vielleicht ah wow schönes Gerät aber ich glaube das wird nischt ich geh mal ans Tor oh ich dachte ich bin jetzt zurück oh Gott ne ne ich bin mal sicher zu ich habe ich habe ihn einfach was abgewährt weil es noch nicht getroffen aber dafür ihn das bräuchte ja dadurch nicht das für ich ziehe nach links gegen also müssen nur wieder links spielen ja macht er schon so in etwa oh 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 mach geht es Junge oh und wo kam der denn ich hab überhaupt nicht kommen sie ein er ich bin ich habe er ist genau er sieht das sieht gar nicht die Sturmausdorfen ja ja hier er da hätte ich nicht angehalten verdammt Elis kommt jetzt mit Kampx kennen uns aus aber es ist ja aber es ist ja nichts los 1 0 bei 3 Minuten klar ist es ärgerlich aber das ist wie 0 zu 1 nach 2 Minuten doch eigentlich nicht so und es ist ein Bock liegt ja auch relativ die Worte nach rechts durchspielen ohr auch ich will ich wollte dir auch ehrlich gesagt nach rechtsspielen und dann kannst du aber schon ja das ist ja nicht mit gerechnet wird er kann deswegen deswegen war der Rechtsdurchspiel das machen wir das so einfach mal bist du alles easy denn ich rufe deine Arme und bekommt dazu ja oder nämlich doch einfach mal gut wie ich weg der Ohr der Wix kann er doch nicht machen auf halbem Wege den Ball ab gefährlich ist es für die Ecke das sind doch da quer spielen er hat er hat sich ein Gerhard er hat er hat sich einmal die Birne an unserem Pfosten ne dem Wälder ist ein bisschen doll erwischt so hier so über die Europäer selbst oder spielen ab so so muss er in jeder Hinsicht auch hat das mit dem fliegen und bleiben A das fliegen ist noch keine Sicherheitsgarantie hier muss ich gestehen aber er kriegt noch wunderbar also Respekte aber doch nicht aber aus der Wurst wir haben ja noch zwei Minuten nur dort ist es schlafen sagen nee ich habe mit Absicht Prozent ich habe aber nur kein Turbo gegeben beim Start immer weniger Tor auch auch kommen nicht an der ich kann vor der Hochschule haben erhält mir sogar heiß im Spiel so gut hätte ich ihn niemals treffen können das teuer mehr ach scheißen o gott o gott mann 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 schon mal also noch überspielen können jetzt wieder überspielen oder nein gegen Tor noch am Spiel mann der Ehe ist das aber einer bei Treffen es sei die Dämmel ich es umgefliege dabei da oben ist aber ich muss dachte eigentlich da kommt einer und deswegen bin ich noch hochgeflogen jetzt bei nervig nervig es ist easy die e oder auch gefahren das ist das ich nehme Latte Wurr auf der Ecke bleiben und zurückspielen jetzt einmal wieder zurückspielen, dann hätte ich ihn einfach reinklicken können na warte weißt du, Kurzpass spielen wie die Bayer ooooh jetzt auf einmal fliegt er da wie ein Weltmeister und den kriegen sie nicht oder was? Maaane raus ja Mist, da war noch mit dran Boah, schade ja, außen direkten Fall laufen noch nicht so richtig oh, der kommt aber mal nett den kannst du schön nehmen den musst du nur querlegen ja, komm quer ja, aber hast du jetzt, du kannst halt wenn du nur verteidigen musst, musst du ja den Ball nur irgendwie erwischt ja, 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 irgendwie raus einfach volle Möhre rein Ja, ja ja, ja naja das ist, hier, ich mein, wie lange haben wir das nicht gespielt? du hattest ja auch mal, hm? wenn der Pirat okay war dann mussten mussten Piraten ausfällen wenn dann muss halt auf geht er ab geht er 2 2 Piraten jetzt noch denke ich mal und dann das haben wir auch für heute eine gute Quote würde ich sagen Boden den Toten vier Spiele vier Niederlagen nicht so jetzt aber das ist genau so weiter mit vor und wo ich weiß so könnte es jetzt mal schön und warm anziehen besten in der Jacke mit weil die Liegen nämlich länger jetzt direkt direkt weiter kann schon ich hab's gesehen und ich bin nicht eher angekommen gibt und ich komme nicht ach du bist gar nicht mehr da nee ich dachte ich fahr jetzt ganz entspannt roll aus aber da hätt's was sagen können ich hab den scheiß Ball nicht dann hätt ich den reingekloppt ich war wieder mal schneller als der Ball ja aber da hätt's noch reingekloppt fahr los furchtbar ja nee auf fast jetzt quer auf zwei Pfosten da hast du noch mal noch sauber ich geh ran da hast du nee alter was macht dir ich muss mir das mal merken einfach nur den Weg stellen sinnlos dann passt das komm ich nicht dran oh Leck Gummio aber jetzt mach rein der kommt von hinten oh mein Lack schlägt wieder zu ich wollte aber auch nicht gegenspringen weil das wahrscheinlich wieder zu doll gewesen wäre ich hab kein Tor wo ich hätte nur blocken können Mann der hat mich weggepolzt ich hab ihn weggepolzt aber das wird nicht reichen außer du bist da er kommt genau rechtzeitig dran ey wow 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 versteh ich nicht versteh ich einfach nicht so pass auf jetzt aber ja ja rüstung ich dachte ich lege ihn nicht schön auf aber das hat auch nicht geklappt nee du kommst nicht dran ja ich hab' geplockt gut ich bin im Tore gerade keine oah ha ha nix da freude weg da jetzt bloß hab ich oh ich hasse diese Bälle nicht überhaupt nicht ich kann mich contesten weil ich das fliege immer noch nicht drauf ob jetzt ist das gleiche oah aber ich mag ihn also er macht mich und dann er mich weißt du das war das hat er mich geblockt damit ich nicht zum Ball kommen dann habe ich ihn geblockt damit du eigentlich schießen kannst du das beides nicht so richtig oh ist das zu fassen ey alter dass jeder Ball hier jetzt so kacke an die Ecke kommt ist ja auch richtig ey das Platz oh mann verstehe ich nicht das Game ist auch grad verflucht hier ja 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 so ein bisschen wow oh oh god schön oh nehm ich nehm ich nehm ich gut und schräg und mitte wir haben viel mehr bei besitz ja nein also Map Control irgendwie naja es ist total komisch A fast oh wach knapp ey Mann 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 Mist ey oh Mann 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 Mein Abendessen ruft. Oh Gott. Ah ja. Haben uns halt so Mühe gegeben. Dann haben sie gesagt, na okay, komm. Ich schenke bei denen mein Türchen. Oh, Mixer. Vielleicht können wir jetzt hier nochmal so ein Lucky Tor langen. Nein. Natürlich dreht sich der Wall unter mir weg. Ah, der will auch nicht rein. Schade. Oh, man, oh, man, oh, man. Eins noch, oder wie? Ja, ein Wochenende. Mein Wochenende. Ein, doch, jawohl. Nochmal richtig schön. Es ist aber auch, ne, also das Matchmaking ist aber auch nicht schön. Muss ich genau. Ja, ich gestehe, wir sind hier, gegenüber dir jetzt, gerade von der League jedenfalls her, deutlich besser. Aber mein Gott, mein Gott. Last one. Gegen die gleichen nochmal. Sehr gut. Dann, Revanche. Ja, ich will keinen Druck, ne, aber absteh, in der Lage heißt jetzt, glaube ich, Bronze. Ach, Quatsch. Das macht mir doch überhaupt kein, gar nichts aus. Überhaupt kein Druck. Jetzt, jetzt, komm, jetzt geht er. Ab geht er, der Peter. Ja, aber den hätte ich nicht mehr besser kriegen können. Ja! Nee! Oh Gott. Bin im Tor. Ja. Das war richtig knapp. Oh, das war richtig knapp. Sonst machen wir mal solche Tore, ne? Ach, schade. So, gib mal Gas hier. Ja! Läuft bei mir heute. Bei uns. Och, komm! Hätten wir das auch geklärt. Ja. Ja. Ach, Herr Jemini. Weißer, das macht natürlich den Zuschauern dann auch richtig Spaß. Die wollen natürlich dann auch sehen, dass er, wenn sie jetzt neu anfangen mit dem Spiel, Null Chancen haben. Weil schon solche Leute hier rumf. Teil krass. Wir stellen uns, glaube ich, einfach einen Moment wieder... ...wischen dumm an. Soll einfach mal wieder in das Fliegen reinkommen, weißt du, ich treffe ja... Jetzt, guck dir das an, ich springe so oft vorbei. Das darfst du dir einfach nicht erlauben, so, ne? Das ist richtig. Ach, fast. Ach, der hüpft natürlich vorbei. Du musst. Fand ich nicht. Kommst jetzt nochmal dran? Jawohl. Oh! Da fug! Hätte ich das gemacht, wäre da reingegangen. Na, schade, aber zu löschen. Dann krieg ich wieder nur so'n Eierball hin, ey. Sollte halt einfach nicht sein. Ja, guck es dir an. Jetzt schwächelt Blöppig ein bisschen. Airy Mode aus, Saft ist alle. Muss nachtan. Ich merke rein. Die, 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 die. Die, 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 die. Jetzt kannst du ganz alleine. Ach, komm, leck mich doch. Nein! Da, wo er steht, ey. Es ist einfach unbeliebbar. Ach, komm. nach natürlich die er ja ja genau weil er den Ball aber nicht trifft der Bob Wisse erholt und auch nicht nach hat und noch mal der Stadler dritte das erzählt hier es ist so der vierte Posten Schuss also Posten drauf er hat mir so knapp vor knappes Posten gegen die Geheizung einfach nur straight als vor ganz große Weltklasse stolz auf sich zum Spielen her na ja da war es einfach halt einfach ohr der rutscht über mein Auto darüber aber meine Nase juckt jetzt Befreiung die Waldschlag auf jeden Fall mann 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 siehste wir können es halt auch naja nächste Runde wird besser die nächste welche alle bekommen werden wird auch mal wieder eine schlechter und die meinen Lack auch mal hier wenn ich immer nur bei mir sein dass das RNG einfach hier hier gibt es ja eigentlich in dem Sinne gar keine RNG sondern naja sagt das nicht das der feste es gibt ja feste berechnung so ne auch komm 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 hör auf ey geil weißt du hier der sieht der wartet förmlich sonst springen sie immer wie die Bekloppten der Gegend ne und diesmal wartet er natürlich ich würde extra nicht so toll machen herrlich ich bin noch mal hier ein bisschen spin to win haben sie gut gemacht naja hauptmini oder was ja ich denke mal so das war jetzt schon mal wieder ja ich bin jetzt bronze jetzt kann ich das spiel auf die installieren alles klar dann würde ich sagen bis zum nächsten mal freunde vielleicht sieht man dann auch mal ein paar siegel ein bisschen was besseres von uns tschüssi bis denn her tschüssi bis zum nächsten mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020